So, ich bin morgens da, morgens 11.45 Uhr stehe ich da mal überhaupt drinnen. Ich gucke aber, ich glaube, bei Claudi. Kann ich nicht weiter runterziehen? Ist das so richtig, dass ich so weit oben bin? Ja. Wie? Weißt du, ob du überhaupt noch weißt? Ja. Wie ist denn da? Nee, jetzt nicht. Gucke! Du machst aber nur den Ellenbund gerade. Der Schuttel bewegt sich da nichts. Du machst nur den Ellenbund gerade. Ja, das sieht man. Ja, dann bist du ja bis hier und zieht, ja? Ja, ein bisschen mehr. Ja, Alter! Ja, Alter! Ja, Alter! Ja, Alter! Ja. 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 Dann hast du nur durchs Regenstil nicht verloren. Mhm. Mhm. Okay. 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 Das sind Keywords. Brr! Brr! Uh. 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 Ne, aber die. Oh, der Dialog. … not. Drei. Uh. Uh. Okay. Stimmt, wir haben drei, wo sie die Tür bringen, gehofft, nein. Aber das ist nicht der Tür, ist der Sinn? Doch, der Große will, ja. Wie macht das niemand? Das sind erst die Kleinen, und die Kleinen kommunizieren ja dann so, und dann kommt ja der Große mit dazu. Ganz nur, wenn ich schon von Teil 3 ist, oder so. Das ist ja auch scheiße, auch wenn wir sind sehr hässlich. Ich finde, die hier, wie heißen die, die hier, äh... Du willst doch von den Bäumen fressen? Mit den Lachen halten? Ja. Ja, das ist doch nicht. Das ist ja, wo die, äh, wo die Ebenen da, wenn ich auch von den Beinen hier nichts vornehme, bei ganzer Schnurr. Ich glaube, hier ist gut. Ja, und die hier aber, dass die Menschen nicht verlieren können, vor dem Dorf. Ich verlasse mich locker. Ich verlasse mich locker, oder? Die Packung nehmen. Ich verlasse mich locker, oder? Ja, ich bekomme ihn locker. Dann bin ich locker. Ja, dass er mir das nicht mehr tun hat. Ja, aber, das ist ja kein Speicher. Siehst du? Ja. Malakka von Moncara. Wie locker das ich durch die Ose lade. Du hast nur eine Scheibe. Oh, Alter. Willst du das Geld? Machen Sie doch was. Yeah. Mhm. Willst du das noch was alles? Ähm... Also bei mir ist er jetzt da. Ja? Und bei dir auch? Aber wenn ich mal nach Hause komme, dann habe ich noch kurz die Kinder. Und dann gehe ich mit dir. Ach so, dann denke ich, die Kinder. Ja. 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 Und mir war sie noch andersrum. Machen Sie doch andersrum. Ja. 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 Wenn die Kinder. Ja. 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 Ach. Patientin. Und? Schutzbefulden. Bleib Schutzbefulden. Nix davon. Na doch. Nein. Ja. Na doch. Nein. Kinder sind Schutzbefulden. So, ob es meine oder deine Kinder sind. Ja, ich bin auch Schutzbefulden. Ganz stolz. Wir sind ja nicht, dass wir unsere ganzen Freizeitagenten sind. Kinder, aber ist sie gut? Sag mal, es geht ab. Vielleicht Besuch? Vielleicht. 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 Was machen wir? Ja. Und eine Acht. Ich bin ja du. Na, du hast kein Verschleiß, ey. Du hast kein Verschleiß. Ich hättest davon, dass sie weit in den Leben sind. Naja. Heute der, uma dem der. Man muss nur einem tanken, oder? Das sagt uns mal ganz nichts. Ja? Ja, ist gut. Ich weiß noch nicht, wie ich es machen soll, weil unten wohl jemand bei mir ist. Du musst einfach sagen, ich muss jetzt einfach mal in eurem Raum bleiben. Ich habe schon recht, als wenn die irgendeine Wohnung mit seinem Dorf halten. Ja. Ja. Sicher. Also. Ich habe einen Mittelpunkt in meinem Hintergrund. Was? In meinem Hintergrund. Der schickt mir ein Bild und ein Monitor und ein Telefon und alles. Und so, guten Morgen. Und ich, halt so. Ich bin ein Gründer Arsch am Morgen vertreckt. Guck mal an, so. Und so,blemich jetzt erwartet. Na ja, ist ein Schilder? Ist das ein Schilder? Ist bei Kino 3G oder 2G? Ich glaube, 2G. Mist. Na, wo ich die Kino, ja, ich bin die Getestin, da musst du so ein Ding sehen, ja. So ein Testzentrum. Na ja, aber 3G muss testen. Na, 3G ist doch gewesen geimpft oder? Getesttest. 2G ist geimpft oder gewesen. 2G ist geimpft. Echt? Ja. Ja, das ist ein Testzentrum. Na ja, kriegst du Kino, ja. Soll ich schon filmen oder so? Ich dachte, du, wenn sie ein Kino mitgegangen sind. Ja, nee, nee, nee. Nee, ich möchte einfach mal. Oh, genau. Oh, ich möchte einfach mal. Du, warum mach mal hoch? Hm? Hörst du den Knie bitte fest? Ja. Ja. Hörst du mal als Kino-Inkel? Das finde ich gut. Ja, die gerne hier zu Hause bleiben müssen. Im Kino sind ja noch mehr Zuschauer. Ich bin schüchtern. Ich bin schüchtern. Ich bin schüchtern. Ich bin schüchtern. In Mike hört man nicht ins Fuß, so ist los wie der Ur chat. Ich bin sensibel, schüchtern. Ja, ich đro mist. Die sind irgendwie kann ich mich vision trabajo, sondern das muss man sich eins avantieren und especially. Ich bin sensibel, schüchtern. Ja. Das wissen sie insane kann ich mir auch nicht vorstellen. Warum nicht? Wie lange können wir mit dem Zehn sagen? 6 Jahre? Noch nicht. Aber 6. bin ich schon nie. 6 Jahre ist das schon nie? 7. Also das ist ja normal zugegangen. Nee, warte mal. 16. 16. bin ich hier reingezogen. 16. habe ich angefangen. Warte mal, meine Antwort das erste Mal für mich. Das geht sich ein bisschen von mir. Ich bin in Romer, Romer, zu Rewe. Ich schieße an die Wangen. Na, doch. Auflegen. Auf wenige Zeit? Nach vorne. Warte, Sie brauchen kurz Zeit? Ja. So, jetzt. Warte, warte. Moment. So, jetzt können wir weiter machen. Alter, der Sack ist so dick, Junge. Ja, der ist ja richtig kalt. Sehr gut. Sehr gut. Warte. So. Jetzt können wir schon. Und knacken die Schweißer nicht. So. 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 Eins. Zwei. Drei. Hörst du lachen, wenn du es zähle? So. 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 Und wir sagen, von dem würden wir uns nicht hinlassen. Aber fangen wir. Ja? Ja? Der redet mit dir. Ich glaube, jetzt hat er sich gerade gerüchten. Ist der sehr zu groß? Nein, das ist ein neuer Punkt. Um 40. Da muss man nachher hinten machen. Aber bitte den jetzt abrufziehen. Halt, bitte. Bist du, das kam schon mal drüben? Ja. So, oder? Ich muss ja... Aber unten raus schützen, ja? Passt du? Ja. Warte. Du kannst nur erst machen. Du musst mit mir reden, welche Seite. Ja. Du musst mit mir reden, welche Seite. Ja, aber ich will nicht... Ich glaube, mit der anderen Seite. Ich weiß nicht, welche Arsch du gehst. Ich will nicht so hin. Ja. So, richtig? Ja, das ist zwar... Geht immer noch ein Stück. Auf... Und. Na links. Ey, Mann. Heute hakt's so. Aber das ist doch ein. Eva, wegschmei. Äh, was ist denn der Mittag? Musst du ummachen. Spannulierst du dich wieder? Spannulierst du dich wieder? Und was sagt das? Ich schluss, du bist nicht in einer Wohnung. Ich schluss, du bist nicht in einer Wohnung. Ich schluss, du bist nicht in einer Wohnung. Ach, das ist auch ganz schön. Ja, nicht ihr. Ja, das ist eine Zeit. Ja, das ist ein Dämpfer. Ja, das ist schwierig, das ist. Ach, quatsch, das ist. Was ist das für mich? Ich schluss. Ich schluss. Nein. Ich schluss. Ja, weil du dich auch zwei lebst. Ich kenne quasi. Bei Flammenfrauen. Also, wo der angefangen hat, vielleicht eines bei den Tagen war auch geschüchtert. Ja, das ist klar. Aber auf dem Sinn. Das hast du aber gesehen, als ich bei dir war auch geschüchtert. Ja, da war ja zwischen zwei Frauen. Da war der einzige Mann im Haus. Da war der Beruf an der Frässer. Ja, das ist ein bisschen. Nee, das ist ein bisschen. Nämlich. Vielen Dank.